Warum ich nicht mehr für Mainstream-Medien arbeite, die Abrechnung. Ich konnte dadurch tiefe Einblicke in verschiedene Redaktionen gewinnen. Die Pressefreiheit lebt nur auf dem Papier und sie stirbt innerhalb der Redaktionsmauern. Manche von euch glauben vielleicht, dass es irgendwelche Entitäten gibt, die Journalisten vorschreiben, was sie zu schreiben haben. Die Realität ist fast noch schlimmer. Unsere Medien sind übermächtig geworden. Niemand hat dieser vierten Gewalt mehr Macht gegeben als wir alle. Jo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einem weiteren Video auf Leon Love Vlog Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Wir gehen in den nächsten Peter rein für heute. Und zwar heißt das Video. Das ist von Grätsgänger Studios. Liebe geht raus an der Stelle. Ich finde, die machen echt gute Videos. Warum ich nicht mehr für Mainstream-Medien arbeite. Die Abrechnung. Also ein Ex-Mainstream-Medien-Mitarbeiter packt hier aus an der Stelle. Ich bin gespannt, was er erzählt. Gerne jetzt schon mal Daumen nach oben da, lasst ein Kommentarchen schreiben und natürlich den Kanal abonnieren. Digga, was soll ich euch sagen? Und jetzt gehen wir rein in den Peter-Disco. Peter, ey, den Mann. Zehn Jahre lang habe ich für die etablierten Massenmedien gearbeitet. Für verschiedene überregionale Zeitungen und Magazine. Als freier Journalist, als Hospitant, als Volontär und als Redakteur. Ich konnte dadurch tiefe Einblicke in verschiedene Redaktionen gewinnen. Unter anderem bei den Online-Redaktionen der ZEIT und der FAZ. Und in Print-Redaktionen. Ah krass, bei ZEIT war der da, bei FAZ? Okay, okay, okay. Das Magazin und der Süddeutschen Zeitung. Bei aller Kritik. Ich bin der Medienbranche, die mich ausgebildet hat, sehr dankbar. Sie hat mir handwerklich und charakterlich vieles gelehrt, was unbezahlbar ist. Aber den Weg, den ihre Speerspitze eingeschlagen hat, kann ich nicht weiter mitgehen. Mir ist es wichtig, an dieser Stelle zu trennen. Zwischen dem Mediensystem und den Medienvertretern. Ich habe sehr fähige Journalisten und gute Menschen getroffen. Zwar wenige, aber einige sehr reflektierte. Ich glaube aber, so ist es oft, wenn man in solche Bereiche reinkommt. Auch Politik oder was kann man noch nehmen? Ich glaube, es ist oft so, dass Leute mit einer guten Intention oder auch Ärzte, die mit einer guten Intention reinkommen, was verändern wollen oder einfach nur helfen wollen, was Gutes bewegen wollen. Und dann merken, dass es höhere Mächte gibt, die einen davon abhalten, das zu tun, weißt du? Und dann triffst du die Entscheidung, machst du weiter, lässt du dich verbiegen oder sagst du, nee, ich mache mein eigenes Ding, das kann ich mir, also ethisch, moralisch kann ich nicht vertreten, das kann ich nicht tun, ich muss meinen eigenen Weg gehen, so weißt du? Philosophische Denker, die in ihrem stillen Kämmerlein verstanden haben, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Die aber noch daran glauben, das System irgendwie von innen verändern zu können. Aber wie es so oft ist, werden sie sich auf dem Weg zu einer Position, von wo aus sie das System verändern könnten, selbst verändern. Das ist doch das Ziel der Sache so ein bisschen, auch bei Politikern zum Beispiel. Ideale herunterschrauben, ihre Kritik relativieren, ihre Augen verschließen, damit sie weiter bestehen können. Damit sie eben nicht isoliert werden, damit die Versorgung mit Anerkennung für ihr Ego nicht gekappt wird. Am Ende werden sie selbst das System werden, das Medienestablishment sein, das sie selbst nie werden wollten und den Status quo bis aufs Blut verteidigen, um ihre eigene Haut zu retten, ihre Aufstiegschancen, ihr geliestes Auto, ihre teure Penthouse-Wohnungen, ihre private Krankenversicherung, ihre Tilgungsraten, ihren Ruhm, ihr Ansehen, ihre Beziehung. Aber das ist ihre persönliche Entscheidung. Meine Entscheidung, den etablierten Medien für immer den Rücken zu kehren, basiert vor allem auf elf Gründen, die ich euch hier darlegen möchte. Bis heute. Bin ich gespannt, Alter. So ein Insider mal, dass er mal auspackt, was da passiert ist und so. Also finde ich jetzt persönlich interessant. Chat, was sagt ihr? Habt ihr auch Bock drauf? Gib mal kurz Feedback. Habe ich mich nicht ausführlich dazu geäußert, warum ich ausgestiegen bin. Vielleicht habe ich das auch nicht gemacht, weil ich mir selbst eine Tür offen lassen wollte. Wahrscheinlich, um dann irgendwann, wenn es nicht mehr anders geht, abseits der ideologisch durchsetzten Ressorts, ja, einen kleinen freien Raum für mich zu finden, wo ich Journalismus betreiben kann, ohne dass ich mich moralisch verbiegen muss. Ich gebe zu, das war ein Luftschloss. Dieses verbiegen müssen. Das moralisch verbiegen. Ich glaube, das findet in so vielen Bereichen statt. Ich weiß dir, in jedem Bereich, auch aus dem Bereich, wo ich komme, so ein bisschen YouTube, Deutschrap, dies, das. Habe ich das an so vielen Stellen gesehen, dass man sich einfach moralisch verbiegt, damit man noch mehr Geld macht, damit man besser platziert wird, damit man mehr Klicks macht, damit man besser ankommt in der Öffentlichkeit und so. Dieses Faken, weißt du? Dieses so sich selbst verändern, damit man. Und das ist eine Sache, die einem langfristig, glaube ich, überhaupt nicht gut tut. Deswegen ist es auch gerade in der Entertainment-Branche so, dass viele Leute, glaube ich, auch in diesen Drogensumpf abstürzen oder zu viel Alkohol trinken und sich ablenken im Privatleben, weil die einfach nicht richtig sich selbst sind. Und dadurch psychische Probleme entstehen. Ich glaube, wenn du dich über eine lange Zeit lang einfach verstellst oder dich selbst unterdrückst quasi, damit du gut ankommst in der Öffentlichkeit, dann hast du einen Kampf mit dir selber, der nicht positiv ist, den du irgendwann anfangen musst aufzuarbeiten, meiner Meinung nach, wenn du irgendwann wieder mal dich frei fühlen willst und dich entfalten kannst. Das kann auf jeden Fall nicht positiv sein, wenn du dich immer wieder anpasst, nur damit du anderen gefällst. Ist nämlich der Knackpunkt. Und damit wären wir auch schon bei Grund 1 für meinen Ausstieg. Die Pressefreiheit lebt nur auf dem Papier. Und sie stirbt innerhalb der Redaktionsmauern. Ich wollte, konnte einfach kein Angestellter mehr sein, der mit einer Schere im Kopf Journalismus betreibt. Manche von euch glauben vielleicht, dass es irgendwelche Entitäten gibt, die Journalisten vorschreiben, was sie zu schreiben haben. Die Realität ist fast noch schlimmer. Jeder Journalist kennt seine Grenzen. Das weiß man schon, wenn man anfängt mit dem Job, wa? Es sind ungeschriebene Gesetze, gefühlte Leitplanken, die in der Journalistenschule oder im Volontariat im Denken entstehen. In diesen beiden Varianten der journalistischen Ausbildung leiten etablierte, erfahrene Redakteure, also völlig angepasste Journalisten, die Bewerbungsverfahren. Das heißt, das Problem der Homogenität und Konformität, die beginnt schon an dieser Stelle. Ja, 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 ja. Da werden die JungsInnen ausgewählt, die schön auch mit der Politik einhergehen und die schon verstehen, so, ey, hier, da sind die Grenzen, da darf ich nicht überschreiten, das darf ich nicht sagen, das darf ich nicht so. Wenn du dann so einen querdenkenden VerschwörungsmystikerInnen da hast im Vorstellungsgespräch, dann sagst du, nee, mein Jutzer, passt so nicht. Der Rekrutierung. Vielleicht stellt euch jetzt die Frage, wie konnten die mich rekrutieren? Und was mir gesagt wurde, war, ich sei ein hartnäckiger Bewerber gewesen. Ich hatte mich fünfmal für verschiedene Volontärstellen beworben. Dann wurde mir gesagt, ich hätte einen interessanten kulturellen Hintergrund, indisch, muslimisch. Und auch meine akademische Richtung mit Orientalistik und Philosophie waren interessant. Und natürlich meine berufliche Erfahrung, die Hospitanzen bei großen Redaktionen und ein eigenes Magazin, was sich gegründet hatte. Das alles hat wahrscheinlich so sehr geblendet, dass man nicht genau hingeschaut hat. Mag sein, dass sie ein Jahr später diese Entscheidung auch bereut haben. Dass eine bestimmte... Der hat sich durchgescampt, der Bruder. ...ausrichtung oder eine Interessengruppe von diesen Medien bevorzugt wird, habe ich ganz deutlich an der Berichterstattung über sämtliche Kriege, die weltweit stattfinden, gesehen. Das waren klare Grenzen, rote Linien, an die ich als Redakteur immer wieder gestoßen bin. Am Anfang habe ich mich noch etwas zurückgehalten. Ich war immer freundlich. Ich habe nicht groß angeeckt. Ich habe die Themen gemacht, hinter die ich stehen konnte. Und ich habe versucht, die andere Seite zu verstehen. Bis ich irgendwann verstanden habe, dass es da nichts zu verstehen gibt. Ich habe auf diesem Kanal schon einige Male darüber gesprochen, dass ich einige Artikel und Interviews platzieren konnte, die gegen den Strich gingen. Obwohl die Ressortchefs und die CVDs vollkommen dagegen waren, dass diese veröffentlicht werden. Wie hast du das gemacht? Mag ich jetzt da erzählen. Alles möglich. Ich habe die Arbeit der einzelnen verantwortlichen Redakteure genau studiert. Ich habe sie persönlich kennengelernt. Ich wusste, wer lockerer war, wer durchlässiger war, wer keine Ahnung hatte und auch, wer nicht zu überreden war, den Artikel zu bringen. Krass, aber was das für ein Kampf ist, dann überhaupt mal einen Artikel zu schreiben, der ein bisschen rausgeht aus dem Raster, so aus der Propaganda. Bis ein Redakteur krank wurde, im Urlaub war und habe meine zuvor abgelehnten Vorschläge platziert. Ich habe einfach damit aufgehört, jeden Schritt mit der Leitung zu besprechen. Und ich habe die Texte ohne Absprache fertig produziert, bis der richtige Redakteur die Verantwortung hatte und zack, der Text war gedruckt oder online. Und das ging ein paar Mal gut, bis ich vom Ressortleiter, der aus dem Urlaub zurückkam oder wieder gesund wurde, ja, gerügt wurde. Ich muss hier natürlich aufpassen, was ich sage, wie ich es sage, weil es juristisch relevant werden könnte. Echt? Ja, die verklagen einen dann direkt, aber ich mache das hier, damit ihr eine Innenperspektive bekommt und damit mein... Wichtig, Digga. Sehr, 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 sehr wichtig. Gerade in heutigen Zeiten, weil es immer noch Leute gibt, die diesen Blättern vertrauen und die denken wirklich, dass Journalismus frei ist und dass jeder schreiben kann, was er denkt oder was auf der Welt wirklich abgeht. Also es gibt echt Leute, die glauben, dass das Thema frei ist und dass du da schreiben und sagen und tun und machen kannst, was du möchtest. Und dass uns alles präsentiert wird. Da gibt es echt Leute, die dieser Meinung sind. Deswegen ist es wichtig, vielleicht sind hier ein paar Leute im Chat und hören sich das an und fangen an zu hinterfragen. ...endgültig ist. Man kann dieses Video als meine persönliche Abrechnung mit dieser Branche verstehen. Und damit wären wir bei Grund 2. Ich will mich nicht ständig distanzieren müssen. Euch ist sicher aufgefallen, dass ich mich im letzten Jahr auf diesem Kanal viel deutlicher als zuvor positioniert habe. Ich weiß, was es bedeutet. Mein Zertifikat, mein Abschluss, sozusagen meine Eintrittskarte in die Welt des Mainstream-Journalismus verliert hier ihre Gültigkeit. Ja, richtig so, Bruder. Schön mit Eier, Bro. Feier ich. Respekt. Damit setze ich alles auf diese eine Karte. Grenzgänger Studios. Ich ziehe hier einen Schlussstrich. Denn ich will bei diesem Spiel nicht mehr mitmachen. Es ist ein Spiel mit dem... Stark, Mann. Immer mehr Leute haben... Das ist so geil. Also ich finde es so schön, dass es so ein paar Instanzen gibt auch in Deutschland, die so einfach sagen, das reicht jetzt. Das ist zu viel. Ich mache, was ich für richtig halte so und lasse mich nicht mehr einschränken. Und ich finde es immer... Also mich berührt es. Mich motiviert es auch so, weil ich auch einer von diesen Kandidaten bin. Und wenn es mehr werden, dann haben wir eine rosigere Zukunft. Ja. Wenn es brennt, wollen sie es nicht gewesen sein. Sie sind nicht bereit, es selbst zu spüren. Und wenn sie nicht wissen, wie es zu löschen ist, dann würden sie uns am Ende das Feuer als Wasser verkaufen. Wenn sie das Feuer nicht löschen können, dann würden sie uns am Ende das Feuer als Wasser verkaufen. Nur um das Spiel am Laufen zu halten. Waren das zu viele Metaphern? Ich bin gleich fertig mit dem Bild. Keiner Typ. Zwischen ist es für mich so offenbar, dass das ganze System hat. Dieses Wechselspiel zwischen Feuer und Wasser, das wird so gut beherrscht, dass man aus jeder Temperatur Profit schlagen kann. Und daraus ergibt sich eine Übermacht. Und der einzige Weg, den ich sehe, diese Übermacht in unser aller Leben zu bekämpfen, ist es, diesen Apparat den Stecker zu ziehen. Ziel ist nicht, die Revolution im Außen, sondern die Revolution im Innen, bei uns. Das ist Grund 3. Sei die Veränderung. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig. Unsere Medien sind übermächtig geworden. Niemand hat dieser 4. Gewalt mehr Macht gegeben, als wir alle. Für uns... Das ist nämlich das Ding so. Jeder Einzelne muss da die Entscheidung treffen, was er noch supportet und was nicht. Und wenn du dich selbst veränderst, dann veränderst du automatisch auch andere. Und wenn wir alle die Veränderung in uns selbst machen würden und sagen würden, nein, ich lebe jetzt bewusst, ich gehe jetzt bewusst mit meinem Leben um, umso mehr Menschen das tun würden, umso weniger würden die Mechanismen von diesen Mainstream-Apparaten noch funktionieren. Die Medien eine identitätsstiftende Kraft. Für uns ist das Gefühl, das sie vermitteln, ja, zur politischen Währung geworden, zur moralischen Vorschrift. Und wir allein sind es, die ihre intellektuellen Ausgeburten zu unserem goldenen Kalb gemacht haben, um das wir je länger, desto heftiger herumtanzen. Aber in den letzten Jahren scheint dieser Bann gebrochen. Vielleicht nicht für alle, vielleicht nicht für die Aber für einige, Bro. Aber für einen ganz großen Teil in unserer Gesellschaft haben die Medien ihre Glaubwürdigkeit verspielt. So. So. Abonnentenzahlen schwinden dahin. Sie haben sich in den letzten 20 Jahren mehr als halbiert. Die Leitartikel, die Newsfeeds, die Eilmeldungen, die Sondersendungen, die Ticker verlieren ihren Reiz und ihre Wirkung. Und das ist gut so. Wir leben in einer kannibalistischen Weltordnung. Und was wir derzeit erleben ist, wie dieses System sich selbst auffrisst. Was jetzt? Immerhin sind viele von uns darauf abtrainiert, sich schnelle Orientierung zu holen, wenn es mal kriselt, wenn es Unsicherheiten gibt. Ohne die Zeitung auf dem Frühstückstisch, ohne den Fernseher im Wohnzimmer, ohne das Smartphone in der Hand, wüssten wir doch gar nicht mehr, wo wir hingucken sollen. Geschwästchen, den Blick nach innen richten. Sowas wie nach innen. Was soll ich denn da gucken? Da gibt es doch gar kein Fernsehen. Da gibt es doch gar keine 10-Sekunden-Videos, die mich entertainen. Oder irgendwelche nackten, halbnackten Mädels, die rumtwolken. Sowas für nach innen richten. Richtet den Blick nach innen, meine lieben Freunde. Wenn wir einfach nur dastehen, wenn wir liegend entspannen oder stehend warten müssen. Wie wäre es, wenn wir anfangen, auf uns zu blicken? Oder auf die echte Welt da draußen, die sich unmittelbar vor unseren Augen abspielt? An dieser Stelle kommt Grund 4. Ich konnte... Das ist so krass, Digga. Also meiner Meinung nach findet echt ein spirituelles Erwachen statt, weil ich sehe immer mehr Leute, die einfach von den gleichen Dingen erzählen. Weißt du? Die einfach realisieren, wo die Welt hingegangen ist und realisieren, dass der einzige Weg daraus ist, dass jeder Einzelne anfängt, sich nicht den ganzen Tag mit irgendwas abzulenken, sondern mit sich selbst zu beschäftigen, mit seinem Bewusstsein auseinanderzusetzen. Und das höre ich so viel an so vielen Stellen, auch bei dem Talk von Ken FM und Bela und Boogie gestern, wo ich mir ein bisschen reingezogen habe. Dann hier jetzt bei ihm. Ich sehe das. Ich sehe das bei Daniele Ganser. Ich sehe das hier. Ich sehe das da. Also es gibt immer mehr Leute, die aufwachen, vor allem spirituell aufwachen. Und das ist so wichtig für die Zukunft. Und die Nachrichten mehr sehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich wenige Monate nach meinem Einstieg in einer Tageszeitung aufgehört habe, Zeitung zu lesen. Und ich wurde von meinen Kollegen gefragt, Hävi, bleibst du informiert, wenn du keine Nachrichten schaust? Ja, ich hatte gelernt, informiert zu sein, heißt nicht, etwas zu wissen oder zu verstehen. Die Überschriften, die Teaser, die Kurzberichte, das Überfliegen von Schlagzeilen, das Scrollen und Drüberwischen. Das alles reicht einfach nicht aus, um Sachverhalte zu durchschauen, zu durchblicken. Ich lese lieber Bücher, schaue Dokumentationen, Reportagen, Experteninterviews. Das andere ist eh nur, um Klicks zu machen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Oder recherchiere einfach selbst, bevor ich zu einem Schluss komme. Das ist mir besonders aufgefallen, wenn ich nie Miese Recherche, bruh. Gang. ...dienste hatte. Dieses Durchforsten von Agenturmeldungen, mit einem blinden Glauben an die Newsgötter, DPA, Reuters, AFP, AP und so weiter. Immer auf der Suche nach dem, was die Masse vermeintlich wissen muss, was sie interessieren und bewegen könnte. Und damit kommen wir zu Grund 5. Die Arbeit als Redakteur fühlte sich sinnlos an. Ich glaube, das beste Bild, um dieses Gefühl zu verstehen, ist das Bild vom Lauf im Hamsterrad. Jeden Morgen saßen wir da in einem kleineren Ressortrunden. Ja, Digga, weil du halt, wenn du Aufklärungsarbeit betreiben willst und Menschen wirklich informieren willst, dann an deine Grenzen stößt und dann denkst du, was mache ich hier eigentlich so? Und die meisten Leute, die da arbeiten und da sind, die arbeiten eh nur für sich selbst. Egoismus in unserer Gesellschaft ist ja sowieso extrem groß. Die finden den Sinn darin, dass sie dann Geld bekommen und dass sie dann einfach sich Materialismus anhäufen können. Und das erfüllt die dann. Weißt du, aber tief im Kern erfüllt es niemanden. Tief im Kern bist du nur erfüllt, wenn du wirklich das tust, was du denkst, was richtig ist für die Welt und was bewegt, was verändert, was schafft. Weißt du, was ich meine? So. Und das haben halt nicht mehr viele. Und der Cousin hat das wahrscheinlich im Herzen gespürt und hat gesagt, was mache ich hier? Das ist sinnlos. Oder in großen Konferenzen, wo Chefredakteure und Ressortleiter, geleitet von ihren persönlichen Präferenzen und Belieben und natürlich von Zwängen dieser Branche, da braucht man gar kein Diktat von oben, sondern während wir geschrieben haben, während wir nachgedacht haben und Vorschläge gemacht haben, gab es immer diesen Blick auf andere Zeitungen. Da gab es große Bildschirme, links und rechts von uns, wo man gesehen hat, ja, was schreibt der Guardian? Was schreibt die FAZ? Was schreibt die BILD? Was schreibt New York Times? Und das hat natürlich zu Einschränkungen geführt in der Themenauswahl. Und hinzu kommt natürlich dieser wachsende Pool von den erwähnten Agenturmeldungen, die die Tagesagenda vorzeichnen. Und dann, als die Ressortchefs sich einig waren, was auf die Agenda kommt, brach ein regelrechter Kampf aus. Nicht unbedingt über Inhalte, sondern darum, wer die prominenten Platzierungen in der Zeitung ergattert. Und am Ende wusste eigentlich niemand, oder es konnte niemand nachvollziehen, besonders im Print, ob und von wie vielen Menschen die Texte überhaupt gelesen werden. Die Onliner waren anders getrieben. Es ging darum, die Views zu steigern und schneller zu sein, als die Konkurrenz. Also ein unheimlicher Druck. Für was eigentlich? Nach dem Ende meines Volontariats hatte ich zwei extreme Erfahrungen damit. Während der Probearbeitstage bei T-Online. Ich finde das mega interessant, Freunde, ja, sage ich ehrlich. Bei Huffington Post. Die gibt es ja inzwischen nicht mehr. Ein Beispiel. Wir saßen im Ressort, Außenpolitik zu sechst, drei zu drei, also gegenüber. Und auf der anderen Seite des Raums saß ein CVD, ein Dirigent, also derjenige, der entscheidet, an welche Stelle etwas platziert wird, wie prominent etwas präsentiert wird. Und ein Community- und Statistikmensch, der ständig gemessen hat, wie gut was läuft. Und ich hatte den Auftrag, einen Text über die AfD zu schreiben. Es ging um fremdenfeindliche Aussagen eines führenden Politikers. Und mein Tischnachbar hat einen Text geschrieben über die neuesten Entgleisungen von Trump. Und ein anderer hat geschrieben über Erdogans Luxus-Lifestyle. Und dann gab es noch einen, der geschrieben hat über Putins Liebe für Selbstdarstellungen. Nach der Abgabe und für die wichtigen Themen konnten wir kurz durchatmen. Das ist das, was Menschen wirklich wissen müssen. Das bringt uns weiter im Leben. Nicht nur ganz kurz, bis der CVD uns wieder zugerufen hat. Ja, wir brauchen etwas über die AfD nochmal. Das läuft gerade sehr gut. Über Trump, über Erdogan, über Putin und so weiter. Und man hat die hungrige Unterhaltung, wa? Leute vor den Bildschirmen so lange gefüttert und ihnen neuen Fraß vor die Mäuler geworfen. Ja, bis sie gesättigt waren. Die Geschwindigkeit war irre. Thema, raus, Klicks, Klicks, Klicks. Altes Thema, neuer Dreh, Klicks, 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 Abwärtstrend. Anderes Thema, Feierabend. So läuft es auch bei den Fitna-Twitchern, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle. Und bei fast allen YouTubern und Rappern, Digga. Ey, Digga, Individualismus ist nicht mehr da. Man guckt, was läuft, was funktioniert. Machen. Solange es läuft, wenn es nicht mehr läuft, suche ich mir was anderes und mach das dann. Es wird gar nicht mehr richtig geschaffen, so, dass man aus einer Überzeugung raus irgendwas erschafft oder sagt, so, ich bin überzeugt, dass diese Themen wichtig sind, deswegen bringe ich diese Themen nach außen und versuche dafür ein Gehör zu bekommen. So, das ist noch so, man schafft was, man denkt was, man, das kommt von einem Innen heraus, so, weißt du, und es kommt nicht von außen. So, die meisten Leute gucken im Außen, okay, was funktioniert gerade, was ist Trend, was ist das, wer hat mir was beigebracht, was könnte und das mache ich jetzt, damit ich da hinkomme und so. Das ist gar nicht mehr so, ich fühle wirklich im Herzen, Digga, dass das eine richtig wichtige und richtige Sache ist und deswegen trage ich das nach außen, deswegen mache ich das so, wie ich das mache und dadurch entsteht erst auch sowas wie Kunst und so, aber das geht immer mehr verloren. Das ist bei unseren Qualitätszeitungen nicht so extrem zu, aber bei den Tageszeitungen, wo ich war, ob Print oder Online, fühlte sich das ähnlich an. Man hat für den Eimer produziert, ohne einen langfristigen, zeitlosen Wert zu erschaffen. Und ich würde sogar sagen, dass es im Gegenteil einen großen Schaden angerichtet hat, was wir gemacht haben. Ja, und das ist Grund 6. Für echten Journalismus wurde es immer enger. Also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, wenn eine Zeitung kommerzielle Interessen hat, dass man dann bestimmte Themen bevorzugt behandeln muss oder einige Themen vermeiden muss. Wo es aber für mich zu einem Problem wurde, war, als ich in verschiedenen Redaktionen aufgefordert wurde, Gefälligkeitsgeschichten zu platzieren, um Werbepartner zufriedenzustellen. Ich habe das immer abgelehnt. Ich hatte keinen Bock drauf. Hescht, Digga, ne? Ich habe mich angeeckt und ich habe mir die Frage gestellt, wie kann eine Zeitung so tief fallen? Und das hat mit dem Anzeigenmarkt zu tun. Der ist extrem eingebrochen. Die Anzeigenumsätze haben sich in den letzten 10 Jahren halbiert, obwohl manche Zeitungen bis zu 50. Ja, da wird das Geld gemacht. Das war ja bei YouTube genauso. Und da fängt es dann an, Alter. Wenn diese Werbepartner und die Leute, die das Geld bringen, wovon ja YouTube auch abhängig ist, sage ich mal in Anführungszeichen, und auch Zeitungen und so, dass die halt, dass Leute da hinkommen und sagen, ich will mich hier platzieren und dann Geld bezahlen dafür. Und das war bei YouTube genauso. Früher gab es das nicht. Die hatten früher keine Verträge mit irgendwelchen Firmen, die dann entscheiden, also heutzutage ist es so, dass die Firmen quasi entscheiden, welcher Content monetarisiert wird und welcher Content angezeigt wird oder nicht. Die Firmen entscheiden das, weil die sagen, nee, das ist nicht werbefreundlich, nee, das passt nicht rein und deswegen wird es nicht monetarisiert. Und YouTube sagt dann, okay, dann brauche ich diesem Video auch keine große Reichweite schenken oder das im Algorithmus gut platzieren, weil es bringt uns auch kein Geld. Also es ist so weit gekommen, früher war es Broadcast Yourself, man hat sich selber dahingestellt und hat seine eigene Meinung vertreten und die Leute, die drauf gestoßen sind und es gefeiert haben, da gab es noch nicht diese heftigen Algorithmen und diese heftigen Werbeverträge mit den Firmen und so. Mittlerweile ist es halt so, dass die Firmen quasi entscheiden, welcher Content gehypt ist und welcher nicht so. So und das ist einfach, es darf eigentlich so nicht sein. Gerade nicht, wenn du sagst Broadcast Yourself so. ...prozent, darauf stützen und ohne Anzeigen nicht lange überleben könnten. Was sind die Folgen der Anzeigenplätze, die frei bleiben und der Abonnentenzahlen, die immer weiter schwinden? Immer weniger Ressourcen. Also weniger Budget für Recherchen. Immer weniger Mitarbeiter. Also immer mehr Produktionsstress. Immer weniger Zeit für Recherchen, weil höherer Konkurrenzdruck und mehr Arbeitslast für den Einzelnen. Und immer weniger Platz in der Zeitung, weil die Anzeigen, die Bilder größer werden. Aber auch, weil man aus wirtschaftlichen Gründen die Seitenzahl reduzieren muss. Diese Dynamik hat sich in den letzten Jahren verschärft. Journalisten können es sich nicht mehr leisten, differenziert zu sein. Sie sind wirtschaftlich abhängiger und müssen immer mehr zuspitzen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Und was macht das mit dem Konsumenten? Und das ist Grund 7. Unsere Medien werden immer gefährlicher. Sie treiben eine Spaltung und Verrohung unserer Gesellschaft voran. Wir werden derzeit immer weiter in einen großen Krieg hineingezogen, der nicht unser Krieg ist. Es gibt aber auch einen Krieg, den sie innerpolitisch vorantreiben. Der Krieg zwischen linken Vokismus und rechten Konservativismus. Und dabei nehmen unsere Massenmedien eine führende Rolle ein. Sie schwingen sich zu Moralstiftern auf, treiben die Politik vor sich her und sorgen dafür, dass der Meinungskorridor immer enger wird und Andersdenkende diffamiert werden. Statt dieses ewige Spiel von links gegen rechts und rechts gegen links zu durchschauen und auszusteigen, lassen wir uns auf politischen Kitsch ein, der uns eine blendende Zukunft ausmacht. Heil und Herrsche, bruv. Ob von links oder rechts. Obwohl wir wissen, dass nichts darauf hinweist, dass wir künftig in diesem System oder besser, durch dieses System sicherer, gesünder, freier und friedlicher leben werden. Denn wir sind an einem Punkt angelangt, Facts. Wo dieses System, um sich selbst zu erhalten, das unstillbare Bedürfnis nach neuen Krisen erschaffen hat. Es verkauft uns sozusagen Patronen und Verbandszeug, Waffen und Werte, Bomben und Menschenrechte, Krankheit und Medizin. Krass, der Gart. Das ist real Talk, Bro. Könnte er niemals sagen bei seinem alten Arbeitgeber so. Freiheiten und Süchte. Gute Entscheidung. Probleme. Und ihre vermeintlichen Lösungen. Wer sind die Verkäufer? Und damit komme ich zu Grund 8. Unsere Medien sind unfrei. Die Verkäufer des Systems, das sind unsere Medien, die von wenigen Familien beherrscht werden. Das sind Springer, Springer. Oh shit, Alter, jetzt geht's rund hier. Da sind wir doch schon leicht in der rechtsideologischen Verschwörungsmystik drin, oder? Wenige Familien und so. Da geht's jetzt los hier. Bruder, Matzak, Schaub, Funke, Strör. Diese superreichen Familien beherrschen alle wichtigen Medienhäuser in Deutschland. Ich habe meine Erfahrungen damit gemacht. Ich habe damals... Die nächste Frage wäre jetzt, wer beherrscht die? Ich glaube, da gibt's einige KandidatInnen von overseas. Ich habe für eine große Redaktion gearbeitet und den Themenvorschlag eingereicht, bei Bertelsmann genauer hinzuschauen. Weil die alle Jahre wieder einen Gewinnsprung von mehreren hundert Millionen verzeichnen. Und da könnte man sich doch mal die Frage stellen, ist es vielleicht ein Problem, wenn wenige Hände unsere Medien besitzen, gleichzeitig über ihre Stiftungen die Politik, Kultur, Bildung und Forschung finanzieren, die... Äh... Ja. ...nötigen Mittel haben zur politischen Willensbildung und sie mit großem Profit für sich selbst einsetzen. Eine Woche drauf wurde mein Vorschlag abgelehnt. Es kam eine Absage vom Chefredakteur höchstpersönlich. Beründung, nur zwei Sätze. Bertelsmann gehört unsere Druckerei. So... Ha 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 ha... Äh... Scheiße. Schärsche wäre nicht klug. Wir haben also ein Problem. Und eine Lösung, die das System für uns bereithält, ist, dass unsere Medien einen vermeintlichen Ausgleich brauchen. Die Privatisierung sei das eigentliche Problem. Wir müssten den öffentlich-rechtlichen Rundfunk stärken. Er müsste nur verjüngt werden, schlanker werden und natürlich bunter. Migrantischer, weiblicher, homo- und transsexueller. Und da frage ich mich, kommt es diesen Journalisten nicht manchmal so vor, wie so in so einem Zirkus zu sein? Bei dem... Das kommt nicht nur den Journalisten so vor, das kommt uns allen, glaube ich, ein bisschen so vor. Also ich fühle mich immer mehr im Zirkus. Habe ich ja in den letzten zwei, drei Videos schon mal erwähnt, dass ich eigentlich nur darauf warte, bis irgendwo ein Scheinwerfer runterfällt und die Leute sagen, okay, ist hier nur Darsteller, eine Truman Show, bruv. Sozusagen jede Tierart über die Manege gezerrt wird, um die ewig gleichen Nummern aufzuführen und im Hintergrund knallt immer noch dieselbe Peitsche. Die Peitsche... Das heftiger Real Talk, was der Cousin hier gerade macht, ne? Übersee. Grund 9. Unsere Medien... Die Peitsche aus Übersee, Digi! Da sind wir doch! PR-Instrumente der USA. Ach nee, nicht schon wieder die USA. Die Medien haben doch Trump kritisiert, wie kein US-Präsidenten davor. Ja, sie haben... Ja, ja, ja. Eine Schmutzkampagne nennt man sowas. Auch wieder Propaganda. Ich bin die Trumpy-Vibes, bruv. Übelst beschimpft und seine Enthebung gefordert. Aber ich kann mich noch gut erinnern, dass an einem Tag die Welt hinter Trump stand. Und das war der Tag, an dem er 59 Raketen auf Syrien abgeschossen hat. Und da hat sogar unser Ressortleiter Außenpolitik in der Redaktion der sonst so Trump-feindlich war. Trump bejubelt. Was ist das denn? Weil er Raketen abgefeuert hat und Menschen getötet hat. Dann wird er bejubelt. Da siehst du in was für einer Welt wir angekommen sind, ne? Ja, ja, ja. Da braucht man eigentlich nichts mehr hinzuzufügen, oder, Freunde? Es spielt keine Rolle, wer in den USA an der Macht ist. Es gibt eine Architektur, eine Agenda, die jeden Präsidenten überdauert. Muss ich echt noch etwas sagen über transatlantische Netzwerke, über Stiftungen und Thinktanks, denen unsere Alpha-Journalisten angehören? Interessenkonflikt? Viele wollen nicht so weit denken, mein Jutzer, das ist das Problem. Es ist so anstrengend. Hamsterrad ist für viele halt bequemer so, ne? Obwohl es langfristig keine Erfüllung bringt, aber ey, wenn ich mich nicht beschäftigen muss, dann ist auch alles gut. Kann ich in meiner Bubble, in meinem Hamsterrad weiter rumkrebeln? Pass schon mit. Weißt du, die Leute wollen halt ihr Weltbild nicht aus den Fugen bringen, weil es einfach sich einfacher, also es erscheint einfacher, aber ich glaube, langfristig ist es nicht einfacher. Nee, gibt's nicht. Es gibt ja auch nur ein Interesse, die Aufrechterhaltung einer globalen Machtstruktur, einer Weltordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg die Durchsetzung der Interessen der Eliten sichert. Und daran wird niemand rütteln, vor allem nicht unsere Mainstream-Medien. Es gibt ja immer noch Menschen, die glauben, dass alles seien organische Entwicklungen. Sprechen von einer Schwarmintelligenz, die blind nach vorn irrt. Sie schenken all dem, was außerhalb des Fanrohrs der etablierten Massenmedien geschieht. Keine Beachtung. Für sie ist alles, was nicht auf Kabel gesendet wird, was auf Zeitungspapier gedruckt wird, eine Verschwörungstheorie. Für sie gibt es keinen tiefen Staat, keine übergeordneten Machtstruktur. Das ist doch das auch ein Mechanismus von dem, was sie extra etabliert haben. Ich glaube, das Wort Verschwörungstheorie wurde auch mehr oder weniger von der CIA etabliert, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Ist wieder eine kleine rechtsmystische Schwobelei hier von mir, aber das habe ich mal irgendwo gehört. Keine relevanten Netzwerke, Geldflüsse, Meinungsdiktate. Nichts davon sei kriegsentscheidend, sondern allein die Stimme, die sie bei der Bundestagswahl abgeben. Aber ich kann es verstehen, wenn man von klein auf darauf programmiert ist, darauf zu hören, wer etwas sagt, wie etwas gesagt wird und nicht darauf, was gesagt wird. Da sind wir vielleicht auch schon bei dem Kernproblem und bei Grund 10, warum ich endgültig aussteigen muss. Die alternativen Medien müssen gestärkt werden. Wir haben besonders hier in Deutschland ein gewaltiges Ungleichgewicht, wenn es um Journalismus geht. Der Mainstream-Journalismus kommt professionell, glatt, souverän daher, er hat Format, Stil, Ressourcen, er kommt im Verbund, erzeugt Wellen und schlägt mit konzentrierter Energie. Wohingegen der alternative Journalismus meistens etwas stümperhaft, billig, unästhetisch und rechtsmythisch daherkommt. Das ist auch der Grund, warum ich über diesen Kanal zu euch spreche, weil wir inzwischen eine gewisse Reichweite haben. Es braucht mehr Journalisten, die sich befreien und ihr erlerntes Handwerk für die richtige Seite einsetzen. Ich weiß, es ist nicht leicht. Ich weiß, es ist nicht lukrativ. Die Ungewissheit macht Angst. Aber wofür leben wir? Ja, um etwas zu verändern, um etwas dazulassen und nicht für Materialismus. Wollen wir jetzt schon resignieren? Wollen wir in der Illusion, wir seien das Maß aller Dinge untergehen oder Wahrheitssucher bleiben und an unseren Erfahrungen wachsen? Wahrheit Grund 11 Unsere Medien sind nicht an Wahrheit interessiert. Sie würden über ein Problem, ein Thema, ein Ereignis nicht berichten oder oberflächlich berichten, wenn die Sorge bestünde, die andere Seite könnte sich in ihrer Meinung bestätigt fühlen. Und Julian Assange sitzt im Gefängnis. So. The fuck? Diese Angst, dass man der anderen Seite Recht geben könnte, indem man umfassend und investigativ über Missstände berichtet, ist zur geistigen Behinderung geworden. Ich gebe mal Beispiele, die jeder Journalist sofort verstehen wird. Thema Geoengineering, Nord Stream, Impfschäden, Migration, Pidophilie, Jeffrey... Oh, das ist jetzt aber wirklich mystisch, Bro. Also da hättest du dir mal lieber einen Aluhut ausgepackt, wenn du über solche Sachen reden möchtest. Das darf man doch nicht machen. Das sind doch alles nur krude Verschwörungstheorien. Schwurbelet Old Man hat da... Guter Mann, ne? Fühl ich. Bill Gates, LGBTQ, Transgender-OPs. Wie auch immer man zu diesen Themen steht, könnte ein Journalist darüber wirklich ehrlich und freischreiben? Nein. Selbst als YouTuber auf der Plattform, auf der du selber dieses Video jetzt hochgeladen hast, so, ne? Selbst wir können nicht mehr richtig frei über diese Themen unsere Meinung äußern, so. Ich mach das, Digger, aber ich hab mit immer mehr Einschränkungen zu rechnen und mit dem neuen Digital Service Act wird's nicht besser werden, so. Versuchen die, versuchen das wirklich mit allen Mitteln, und Möglichkeiten zu unterdrücken, dass Menschen ihre eigene Meinung äußern. So. Wie er selber gesagt hat, der Meinungskorridor nicht nur bei den Zeitungen, sondern auf jeder Mainstream-Plattform wird immer enger. Ohne die Angst im Nacken? Ja, wozu führt das jetzt? Welches Bild geben Journalisten ab? Wir haben eine fast infantile Bilderbuch-Propaganda, die dem erwachsenen Zuschauer das Gefühl gibt, darüber belehrt zu werden, was dieser zu denken hat. So runtergebrochen hört sich das echt crazy an, ne? Dafür werden bestimmte Bilder und Informationen selektiv ausgewählt oder verzerrt, manipulative Schlagzeilen und Framing-Techniken eingesetzt, um eine bestimmte Erzählung zu unterstützen. Ich bin raus. Ja, Bruder. Geiler Typ, ich feier den echt, ich find den echt sehr, sehr, sehr sympathisch, sag ich dir so, wie es ist. Das ist Ehrlichkeit, weißt du, ich weiß diese Ehrlichkeit, diese Offenheit. Man muss nicht mit den Dingen immer allen hundertprozentig konform gehen, was Leute erzählen, so ne? Aber allein zu spüren, dass da ein ehrlicher Mensch sitzt, der wirklich echt redet und seine eigene Meinung äußert und für was einsteht und was verändern möchte und so. Das ist so selten in unserer Gesellschaft geworden, dass mich das jedes Mal mit Herz, also, dass mich das jedes Mal wirklich erfüllt, wenn ich einen Menschen sehe, der sich traut, er selbst zu sein. Weißt du? Das erfüllt mich im Herzen, das ist richtig geil. Respekt, bruv. Das wäre auch ein Kandidat, mit dem ich gerne mal einen Talk machen würde, sag ich dir so, wie es ist. Grenzgänger, auch sein Kollege. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt, aber die sind beide echt sehr sympathisch. Gute Männer. Liebe geht raus auf jeden Fall an der Stelle. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare, YouTube. Ich küsse eure Zirbeldrüse, wir sehen uns im nächsten Video. Gang. Stark, alter. Fand ich richtig nice, bro. Sehr, 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 sehr geil.